Der Gewinner ist Kelan Öcan von Hürriyet. Der Autor überwindet mit seinem Artikel Barrieren und regt zur Gründung ähnlicher Initiativen, also Initiativen zur Vorsorge von Darmkrebs, in der Türkei an. Es ist also besonders schön, eine Kategorie vertreten zu dürfen, wo Journalismus durch die Weiterverbreitung, durch die Aufklärung, durch die Analyse, durch die Berichterstattung dazu beitragen kann, dass Gutes geschieht. Das, ehrlich gesagt, ist auch ein echter Nukleus wirklichen journalistischen Handelns. Klaus Strunz, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, hielt die Laudatio für Kelal Öcan. Dank des Hürriyet-Redakteurs wird über das Thema Darmkrebsvorsorge erstmals auf türkisch berichtet. Damit geht er über Grenzen und erreicht den großen türkischstämmigen Teil unserer Bevölkerung. Die Jury lobte besonders den Mut und den Umfang, mit dem dieses Thema in der türkischen Tageszeitung umgesetzt wurde. Also die Felix Burda Stiftung spricht jetzt auch türkisch. Und Teşekkür ederim. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte sehr. Der Felix Burda Award für Hürriyet. Und noch einmal überraschte die Stiftung mit einer besonderen Ehrung. Wolfgang Ritter identifiziert sich inzwischen, denke ich, so sehr mit dem Award, dass wir uns dachten, da wir ihn ohnehin längst als externes Teammitglied betrachten, wollen wir das jetzt mal offizialisieren. Die Felix Burda Stiftung dankt Wolfgang Ritter für sein Engagement für den Felix Burda Award. In der Kategorie Stars for Prevention gab Laudator Wladimir Klitschko humorvolle Einblicke in die männliche Seele. Wir Männer, wir haben einen Stolz, der sehr verletzbar ist. Alles, was unter guter Linie ist, ist ein Stolz. Wir wollen auch jungfräulich bleiben. Ich möchte nur damit sagen... Da habe ich andere Erfahrungen. Ich möchte nur damit sagen, Männer... Es ist, wie Harald Schmisch schon gesagt hat, es ist eine tolle Gelegenheit. Ihr unterstützt das. Der Felix Burda Award in Kategorie Stars for Prevention geht an Jörg Berger. Mittlerweile, du bist selbst ein Vorbild geworden für uns alle. Du bist auch ein Vorbild für mich. Ich wünsche, dass du auch weiter in deinem Leben viele Ziele einsetzt, wahrscheinlich schon auch in vielen kämpfen willst und am Ende, dass du immer der Sieger bleibst. Meine Damen und Herren, mein Mann, Jörg Berger. Wladimir Klitschko, selbst Preisträger des Felix Burda Awards, überreichte den Preis an Jörg Berger. Der sympathische Fußballtrainer erkrankte 2002 selbst an Darmkrebs. Seitdem nutzt er jede Gelegenheit, um an seinem Beispiel auf die Notwendigkeit der Darmkrebsvorsorge hinzuweisen. Selbst schwer von Chemotherapien gezeichnet, scheut er nicht das Licht der Öffentlichkeit und engagiert sich weiter gegen Darmkrebs. Mit Jörg Berger kämpft ein prominenter, betroffener Mann offen und nachhaltig für die Darmkrebsvorsorge. Und ich bin heute sehr glücklich, dass ich hier stehen kann und dass das alles, was ich getan habe, auch, und das habe ich gemerkt, ein Feedback kam, dass ich vielen Leuten geholfen habe, dass ich auch manchen das Leben gerettet habe, weil es ein Unterschied ist, ob jemand Vorbild ist, der das selbst erlebt hat, der im Sport war, der ja eigentlich für viele gesund sein sollte. Und ich werde mich weiter dafür einsetzen. Dafür ist die Auszeichnung eine ganz tolle Verpflichtung. Dankeschön. Dieser bewegende Auftritt Jörg Bergers bildet den Höhepunkt einer glanzvollen Gala. Der Felix Burda Award 2009, die Auszeichnung für besonderes Engagement gegen Darmkrebs. Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, dass es eine runde, gelungene Veranstaltung war, dass wir tolle Preisträger hatten. Die Jury hat super gearbeitet, sie hat, glaube ich, die richtigen ausgesucht. Ich bin stolz, dass BNW einen Beitrag leisten kann zu dieser tollen Veranstaltung. Ich glaube, dass die Sache wichtig ist. Und wenn wir ein bisschen dazu beitragen können als Adlon und als Kempinski, freue ich mich sehr. Wir sollten da schon ein bisschen mutiger sein. Uns tut doch gar nicht weh. Das erste Mal ist es auf dem Fernsehschirm sehr interessant, welche Gänge das da lang geht. Die Message ist, glaube ich, pass auf dich auf, auch wenn du dich gut fühlst. Es kann einiges da sein, was du nicht siehst. Was mich am meisten freut, dass man merkt, dass die Resonanz größer wird, dass das Anliegen angenommen wird. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir gefragt wurden und gerade eben für so eine tolle Stiftung hier auftreten zu dürfen. Ein sehr, sehr großer Anlass, gerade für uns auch mit der Unplugged Band zusammen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Felix Burda Stiftung bedankt sich für eine unvergessliche Felix Burda Award Gala 2009 mit herausragenden Preisträgern und großartiger Medienresonanz für die Darmkrebsvorsorge. Die Felix Burda Stiftung bedankt sich für die Darmkrebsvorsorge. Die Felix Burda Stiftung bedankt sich für die Darmkrebsvorsorge. Untertitelung des ZDF, 2020